Oh hey, willkommen zurück! Nach dem kleinen Voppa im letzten Video finden wir uns in der Bar wieder. Aber jetzt muss ich zuerst mal mit dem Rolf reden. Hi Ralf! Ich darf für Ihnen das Auto manipulieren. Und was für eine Karre das ist! Geniessen wir es mal noch, solange wir sie auch noch fahren können. Weil nach dem Boxenstopp, oh Gott! Da kann ich ja kaum mehr geradeaus fahren. Wie man unschwer an diesem Clip erkennen kann. Daher könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass ich nicht nur einen Versuch für das Ganze gebraucht habe. Und bei zwei ist es auch nicht geblieben. Gut, irgendwann arbeite ich es dann aber auch noch. Doch am nächsten Morgen kommt eine Jock-Nachricht. Denn anscheinend hat sich die Opposition auch etwas überlegt. Allerdings hat die nicht unser Auto zerstört, sondern die Beine von unserem Fahrer. Und ich weiß es zwar, wie es von anderen zu klauen, aber er wird nie mehr in der Lage sein zu laufen. Was genial ist denn? Jetzt darf ich es rennen für ihn fahren. Was wiederum nicht so genial ist, dass das eines der wenigen Spiele ist, wo ich tatsächlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele. Ja, ja, wird schon schief gehen. Irgendwann schaffe ich es dann aber doch noch. Mit unserem Gesicht in der Zeitung und mit dem Namen in jedem Mund denke ich, dass wahrscheinlich niemand jetzt mir an den Kragen will. Ich werde also bestimmt morgen Morgen keinen Rosskopf in meinem Bett finden. Irgendwann stolpern wir aber über eine ziemlich besoffene Poilie. Also können wir jetzt die spannende Aufgabe, über ihn nach Hause fahren. Später am Abend werden wir dann von dem Typen aufgetragen, seine Tochter nach Hause zu laufen. Zum Glück überhaupt keinen komplizierten Satz. Also sind wir mal ein Gentleman und tragen die Jacke nach Hause. Oder was auch immer das darstellen soll. Dann geben wir irgendeine Lasagne bei dieser alten Frau ab und klopfen überhaupt nicht bedrohlich an ihre Tür. Da macht man doch gerne auf. Ah ja, und anschliessend darf ich noch ein paar Typen verhauen. Bin ich der Einzige oder kommt Kraft in diesen Animationen überhaupt nicht rüber. Nicht von dem Typen, dass er auf mich gewartet hat. Und anschliessend laden sie mich noch auf sinnliche Kui in ihre Wohnung ein. Awww. Unser Don, der sich über den rivalisierenden Don lustig macht, weil er so verrückt wird und wenn er verrückt ist, sehr schnell irrational handelt. Wird jetzt verrückt und handelt irrational, weil er Wind bekommen hat von dieser Sache gestern Abend und jetzt von uns verlangt, dass wir den Typen, die unsere Freundin belästigt haben, den paar Knochen brechen. Geht damit, was passiert, wenn ich Videos am Morgen um 3 aufnehme. Also, machen wir uns mal parat! Okay, deine Einstellung gefällt mir. Fast so sehr, wie mir das Auto gefällt. Das gefällt mir allerdings ein wenig weniger. Und wie ich sehe, probieren wir es gar nicht erst auf die nette Art, wie auch immer die nette Art, jemandem alle Knochen im Körper zu brechen, aussehen mag. Leider scheitern wir aber erfolgreich dabei, dann die Knochen tatsächlich zu brechen. Wir brüllen sie eher. Und da hilft es auch nicht weiter, dass die Erlebungen in Flammen aufgehen. Headshot. Die Typen, die wir umbringen wollen, können aber mit dem Auto flüchten. Und wir nehmen für die Verfolgung natürlich den einzigen Freundler im ganzen Game. Zum Glück schaffen es aber, die Idioten sich selber umzubringen. Naja, fast, bei dem müssen wir noch ein wenig nachhelfen. Headshot. Ohne Rückstoss, wo die Mündungsführer nichts. Wahrscheinlich haben wir irgendwo einen unsichtbaren Sniper aufgestellt oder so. Und dann kommen wir noch ein Gutgemachte vom Don rüber. Um das irrationale Gehandeln noch weiter auszuführen, dürfen wir jetzt noch die restlichen beiden umbringen. Einer davon ist in einem Hotel, wo wir in die Luft jagen und der andere ist in einer Kirche, wo wir auch in die Luft jagen. Schliesslich wäre es ja kein richtiges Game, Monikabum. Also, lassen wir mal ganz kurz unseren Freund bei der Kirche raus. Kaum sind wir im Hotel angekommen, dann merkt man schon, was für ein Art-Hotel das ist. Es ist nämlich kein Hotel, mehr so eine Art-Bordel. Ha! Das hat sich gerein. Also schlich ich mich mal ins Managerbüro. Warum suchen wir immer so komplizierte Sätze raus? Da wären wir! Und schon explodiert es. Allerdings hat die Polizei ja auch bemerkt, dass ich da bin und verfolgt mich jetzt. Fuck! Und ja, nein, ich bereue es überhaupt nicht, den schwierigsten Schwierigkeitsgrad ausgewählt zu haben. Dank einer Leiter erschaffe ich es dann allerdings in eine Kirche zu flüchten. Und schau mal, wer da steht. Und der Pfarrer muss mich natürlich verraten. Ist ja nicht so, seit ich ohnehin schon genug Probleme am Hals. Uuuuh. Hehehe. Also, bringen wir mal ein paar Leute um. Allerdings befindet sich die Polizei schon wieder vor der Tür. Mit einem... Mit einem... Mit einem Klickschick können wir allerdings von der Polizei immer ein Auto anbauen. Das passiert, wenn ich die Videos am Morgen um 4 Uhr aufnehme. Und wie wir entkommen. Und schon haben wir es geschafft! Und da hat jetzt eine Gegenwartsunterbrechung kommt. Ich denke, das ist der richtige Moment, um das Video zu beenden. Gut, ist es zwar nicht, weil die kurzen Videos bei Youtube nie vorgeschlagen werden. Aber es ist mir eigentlich so egal. Wenn ich schon kein Zeit habe, mache ich lieber das kurze als gar keine Videos. Also danke an die 20 Menschen, die sich das Video tatsächlich angeschaut haben. Und Tschüss und Tschöööööööö. Das war's für heute.